Guten Abend. Ich möchte folgende frohe Kunde verkünden, dass wir jetzt mit noch mehr Profis unterwegs sind. Das Pack hat jetzt expandiert. Das ist Tim Mitoch, der Merger des Wahnsinns. Oh Gott, wie geil! Das ist ja alles unfassbar. Meine Damen und Herren, das Konzert ist vorbei und wir sind sehr, sehr gut gelaunt. Es war ein fantastisches Konzert. Es ist die Hölle. Wir hatten drei bis vier, es ist nicht ganz klar geworden, ob es drei oder vier waren, aber es waren mindestens drei Menschen in der ersten Reihe, die eigentlich heute Abend alles performt haben. Und wir müssen jetzt laden. Ich habe wenig Zeit. Ihr merkt, dieser Beruf, den wir erlernt haben, der ist ständig mit Stock und Stein vermeißelt. Man muss so rüber schnullern. Man muss immer auf Zack sein. Immer, immer, immer! Ich muss jetzt aber zur Lateinklausur. Und die erste Reihe ist trotzdem bis zum Ende geblieben. Wir haben getanzt, wir sind abgegangen wie Schande. Super, vielen Dank auch an Sven und seine Freunde. Und müssen trotzdem morgen erste Stunde Lateinklausur. Die schreiben morgen alle 15 Punkte oder was? Das sehen wir auch. Das ist alles klar. Ich sag Lager, ihr sagt Haus! Lager! Haus! Lager! Haus! Ich sag Lager, ihr sagt Haus! Lager! Haus! Vielen Dank. Das war das Pack hier in Bremen aus dem Lagerhaus. Ich sag Lager, ihr seid Haus. Ihr sagt Auf! Ich sag Wiedersehen! Auf! Wiedersehen! Auf! Wiedersehen!